moin moin jack hier wieder ein oder andere im titel schon gesehen hat geht es wieder um das kayo perico dlc und zwar zeige ich euch heute zwei waffen und deren location und von der einen waffe dieser revolver in gold die auf npcs und polizisten wirklich richtig überpowert ist die töten mit ein schuss und auf spielern halt mit zwei und im kopf mit one shot und die shotgun ist genauso npcs one shot und dann normal spieler zwei schüsse und kopf wieder one shot und ich zeige auch nur das streckenmittel von zwei location wobei der ein location bin ich bin ich sicher da markiere ich auf der web zweimal den roten punkt aber ich glaube das ist da wo die wache davor steht und hinguckt ich kann mich erinnern dass ich da einmal festgenommen wurde und ich glaube das war auch die location weil die einem astrick mit drin liegt und ich zeige euch auch in welchem wassersturm jeden rein machen müsst ich denke mal ihr seht das auch dass ich es rein mache aber der clip endet genau da wo ist rein schütteln und ich werde dann auch zwei clips denke ich mal rein tun wo ich wirklich zwei bugs und einen guten feld gesehen habe oder zwei feld wie man zeit nimmt ich denke mal die feiert ihr auch aber ich muss euch sagen mit der schüsselkarte die von dieser leiche oder auch schlafende person von der eine wache von kayo perikos beziehungsweise von der insel ich muss ehrlich gestehen ich saß da jetzt knapp zwei ich sag mal zwei stunden saß da jetzt dran und bin gerade fertig geworden und ja also ich sage euch eins ich bin jetzt froh und denjenigen den es genauso ging wie mir da kannst du mir gerne dann in den kommentaren schreiben wenn ich das video geholfen hat würde ich mich sehr gerne über ein like freuen und wenn ich so verpassen will rund um gta oder cyberbank oder 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 ich spiele ja nicht nur ein spiel kann gerne den kanal abonnieren und die glocke aktivieren würde dann sagen bis dahin euer jack aber jetzt muss ich noch loswerden und das kommentar wie bitte man nicht zu ernst weil wir haben es gerade 3 uhr 2 in der nacht und wenn ich mal zu leise rede keine eine oder andere sicher bestimmt denken wieso ich so leise rede es tut mir auf jeden fall leid das nächste mal wird auf jeden fall besser aber ich habe auf jeden fall vieles geändert und zeige euch auch sofort die location sowas ist und nicht wie bei meinem anderen video erst am ende des videos also jeder ist jeder feedback den ihr mir in die kommentare schreibt wird auf jeden fall umgesetzt wenn er natürlich gut ist und wenn er scheiße ist dann gibt mich das aber noch mal zum schluss haut rein euer jake auf jeden fall Untertitelung des ZDF, 2020